Unsere Energieberaterinnen und Berater kommen nach Terminvereinbarung ins Haus. Sie sind ausgewiesene Fachleute, meist Architekten und Ingenieure. Wir beraten qualitätsgesichert, kompetent und unabhängig. Unsere Beratung ist individuell. Wir achten auf technische, aber auch auf die finanziellen Möglichkeiten unserer Kunden. Unsere Energieexperten begutachten alle wichtigen Bauteile und Anlagen des Hauses. Heizung, Warmwasserbereitung, Dämmung. Diese Dämmung kommt nach ca. 16 cm. Fenster und Türen. Die Wärmeverluste über diese ganze Glasfläche, wenn Sie die Scheiben tauschen, würden Sie halbieren. Wir empfehlen Maßnahmen, die sich lohnen, auch unter Berücksichtigung erneuerbarer Energien und weisen auf passende Fördermittel hin. Sie hatten ja den Wunsch geäußert, mal zu erfahren, inwieweit sich die Nutzung von Sonnenenergie auf dem Dach lohnen könnte. Die Beratung vor Ort wird öffentlich gefördert und kann über unsere Service-Hotline sowie über das Internet gebucht werden. Und besten Dank für die Beratung. Sehr gerne. Auf Wiedersehen, Frau Schmitz. Vielen Dank, Frau Kappe. Vielen Dank, Frau Kappe. Vielen Dank, Frau Schmitz. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.